Im Rahmen des Vertragsmanagements werden bei uns Verträge abgelegt und über ein Berechtigungs- und Sichtkonzept sozusagen auch den entsprechenden Fachabteilungen vorgelegt. Wir haben Zugriff drauf oder es gibt halt dann auch Wiedervorlagetermine, wann wir ihre Verträge weiter bearbeiten müssen. In der Zusammenarbeit mit dem Kunden einfach Aufträge, die abgelegt werden, die Kommunikation dazu und dergleichen. Und ja, wir sind auch in Arbeit dann den Rechnungs-Workflow, Posteingangs-Workflow einfach zu installieren, auch in der Produktion zu übernehmen. Bisher können wir sagen, dass unsere Anforderungen ja auch erfüllt werden im täglichen Doing. Da bin ich mit drin, das kann ich beurteilen. Und wir auch ständig Change Requests, Weiterentwicklungen, Projekte auch mit Optimal Systems machen. Und würden Sie die Software weiterempfehlen? Ja, klar. Definitiv.